so hallo und herzlich willkommen zurück zu wolfenstein the new order grüß dich ist ein bisschen weiter stimmung hier oben ist mich so ein bisschen an dingen die wischen diesen gelben rühren so und gerüchten und so wischen ich nicht durch was nicht durchwischen was er da wird sich schon gelohnt genau wieder ausschalten besser ist nicht nein statt nicht aus was spaß spät es könnte auch ein boss fight im area sein oh ja oh ja warte mal ja genau daran erinnere ich mich auf übergekillt oder muss man nur flüchten ich war ich weiß nicht mehr wo wir noch daran erinnern dass da irgendwie was geht laser mäßig ist da muss fette knarre oder so ja 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 ich muss nur weg großen hier wir haben das noch mal auf magst du nur eine scheiße warum fach 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 mich gleich weg oh shit klingt da rein zu dir oder was ja da macht irgendwas nein nein ich bin da ein bisschen überfragt mit dem was ich tun muss fach 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 irgendwo noch ein live es erscheint wohl so dass das schon die richtige knarre ist ich glaube schon ja wenn das so ein ding ist ich weiß nicht wo ich hinbarren muss das Auge da da warst du gerade irgendwo rot ja geschwind ne äh äh naja wir spielen ja vielleicht also ich glaube das da unter dem fuß oder nicht das hat auch schon irgendwie dann da saß du doch auch vorhin welche drin und grad guck die schieße auf dich ah ne das ist schon hm das ist ein geschütz oh fuck nein nein no damage ja fach ich kann es down ich frage meine schlauees Büschlein das kann ich nicht down hoher noch mal kurz viele London monitor ok ok huge robot wenn das braken wehr not So different than you and I I have to wait until the Poggy is on, right? Look at me! What? That's right What's the next thing? Okay It's 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 actually a bit lame I can't say Do you want to go out? It's 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 und hihihi noch ins auge ist ja auch nicht die lösung oder ja ich bin übergesin nicht so es brennt halt immer so ne vermutlich keine ahnung ich weiß auch nicht also so ist nicht ja egal ich werde darauf ein jetzt musst du bestimmt irgendwie ohne da irgendwas machen, oder? das habe ich nicht gelesen jetzt geht irgendwie gerade auch nicht mehr mich gerade so ein bisschen an hier äh da war der Arsch gerade das geht auf Kolossus weißt du mit der Aunde zu passern wenn der gleich weiß was ist tunisch pusslich aber war es richtig? ja ich glaube schon oder? hat es mir nicht ausgesehen wow schießt er sich selber auf den dummen Kopf jetzt wird es nicht quälen oh fuck der Matsch schlägt jetzt komm mal oh fuck es sieht zumindest aus als du hast du mit der Kirche ja aber was genau also ob das jetzt die Endlösung ist ist die Frage das frage die sicher auch das wird ja auch nicht rot oder die wird ja auch nicht rot die wird ja auch nicht rot ich verstehe man die kann ich gar nicht machen oh fuck alle ich geh noch drauf man wenn man da scheiß Dinge hingebleiben hier muss ich mit der Brutzel Waffe machen überhaupt mit der normalen so geht es auf jeden Fall nicht hm ich glaube ich muss schon irgendwie da reinballern ich weiß auch nicht was macht denn der mal auf da unten fuck ich lese einfach mal weiter jetzt jetzt ha jo epic fight alter es geht ab krass voll knapp jetzt der Mikro vorne nicht mehr absigniert UPSI haha ha 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 ich sehe aber ich sehe die 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 Danke. Mein Opa war schon ein komischer Typ. Ich finde es cool, dass die den verewigt haben, in deinem Spiel. Ich finde es cool, dass die den verewigt haben. Der Gönsich noch mal ne Ladung hier Fuck Why did it actually I I I I I I sein ziehvater alle fresse da oben wie sind der klaus oder so das ist max max schmerz der ist einst du das max hasst word maximer ich habe noch etwas live schau schon rein, Alter. Vorhin darauf geachtet zuerst, gell? Das läuft noch vorhin vorne rein. Feuer, Feuer! Oh Mann, ey. Okay, jetzt können wir wieder jetzt können wir Übergaben machen, oder? Okay. Alright. Peace out.